Ja Freunde, es ist nicht immer alles so einfach, wie es manchmal aussieht. Gerade so als Selbstständiger ist man eigentlich nie wirklich glücklich oder zufrieden mit dem, was man tut oder mit dem, was man sich überlegt. Ich möchte mit diesem Video noch einmal etwas aufklären über das, was eigentlich in Zukunft hier passieren wird. Denn wir hatten ja vor ein paar Wochen das Video, das NLLs Plays und im Endeffekt sind dadurch nur Fragen aufgekommen, weil ich es irgendwie etwas missverständlich vielleicht erklärt habe. Denn das Ende der NLs Plays war eigentlich ja gar nicht die Aussage des Videos, sondern vielmehr einfach nur, dass es ein bisschen anders ablaufen wird. Weil ganz, ganz, keine NLs Plays mehr, das funktioniert überhaupt nicht. Denn dafür lebe ich, das liebe ich, das wird immer ein Teil von uns zusammen sein. Und deswegen, weil halt viele sich dann gefragt haben, hä, warum kam plötzlich was mit Worms und dann kam plötzlich Pokémon. Und hat er nicht gesagt, das ist Schluss. Ja, also, pass auf. Wir erklären das jetzt nochmal eigentlich ganz simpel und ich erkläre euch auch, worauf ihr euch freuen dürft. Es wird weiterhin Let's Plays geben. Was ich mit meinem Video noch aussagen wollte, ist, dass ich halt einfach nicht mehr die Kraft und nicht mehr die Zeit habe, so übertrieben viele Projekte pro Tag zu machen. Und davon, da reden wir über acht pro Tag teilweise, ja, so vor drei Monaten als Prince of Persia, Ratchet und alles. Acht Videos pro Tag, das ist einfach too much. Das ist für mich too much und das ist ja auch für euch too much. Das ist ja auch eigentlich totaler Unsinn. Und das war die Kernaussage, dass ich das nicht mehr machen werde. Dass ich aber trotzdem weiterhin Let's Plays machen werde. So, aber halt eben jetzt zum Beispiel nur Pokémon. Nur Pokémon. Ausnahmslos nur Pokémon. Als reines Let's Play. Aber wir haben auch noch andere Sachen vor. Jetzt kamen zum Beispiel wieder häufiger Isaac-Videos. Und das ist aber halt kein Let's Play, sondern das ist halt einfach mal eine Runde Isaac. Fertig. Das ist kein fortlaufendes Projekt. Das ist keine Playlist. Das ist einfach mal ein Isaac-Part. Fertig. Bis Afterbirth Plus. Dann wird das wieder ein bisschen anders aussehen. Dann machen wir auch wieder ein richtiges Let's Play. Weil ein Let's Play ist für mich eine Sache, die ein Ende hat. Deswegen Let's Playt man ja auch zum Beispiel nicht Hearthstone. Hearthstone hat ja auch kein Ende. Deswegen gibt es halt zum Beispiel Fischwolf. Da kann man immer mal wieder eine Folge gucken. Man braucht keinen Zusammenhang. Das ist so eine richtig... So wie bei einer Art Sitcom. Da kannst du irgendwo dazwischen mal eine Folge gucken. Und es ist einfach egal, ob du die vier Staffeln davor nicht gesehen hast. So ungefähr. Klar gibt es immer mal wieder Zusammenhänge. Das ist ja so, wie wenn wir bei Fischwolf Folge 20 über den Insider aus Folge 3 reden. Ja, klar, das passiert. Aber es ist halt nicht so eine Serie wie Break It Bad oder Lost, wo du halt nicht einfach Staffel 5 reingucken kannst. Verstehst du? So wie eh dahinter. Um das noch irgendwie deutlich zu machen. Keine Ahnung. Also was ich machen möchte ist ein Let's Play. Ein absolutes YouTube-Only-Let's Play, was es nur für euch hier auf YouTube gibt. Wie jetzt zum Beispiel Pokémon. Und dann eben so ein paar andere YouTube-Only-Sachen, die einfach immer mal wieder so ein bisschen dazwischen geworfen werden, wenn ich die Zeit dafür habe. Wie jetzt zum Beispiel Isaac. Und natürlich ein festes Programm wie Fischwolf am Sonntag. Und dann gibt es jetzt halt so die Sache zum Beispiel, weil ich jetzt extremst oft die Nachricht nach Dark Souls 1 bekommen habe. Was ist jetzt mit Dark Souls 2? Wir haben das immer noch nicht so viele verstanden, dass Dark Souls 2 einfach nur auf einer anderen Plattform zu sehen ist. Also habe ich mir gedacht, okay scheiß drauf. Ich mache das als Service für euch. Wir machen schon ein Dark Souls 2 Let's Play, aber halt nicht in dem Rahmen, wie es bisher war, sondern einfach als ganz normales Live-Let's Play. Wird das übertragen auf YouTube. Und das kommt dann alle vier Tage, fünf Tage, sechs Tage. Und wenn sich einer denkt direkt, Alter, nur alle sechs Tage Dark Souls 2 ist ja wahnsinnig. Ja, aber keine Sorge, das Dark Souls Video, das geht dann auch zwei bis acht Stunden. Das guckst du in einer Woche wahrscheinlich eh nicht durch. Und wenn doch, dann freust du dich einfach auf die nächste Folge. Und das mache ich jetzt euch einfach mal ganz schnell deutlich anhand meines neuen Upload-Plans. Den könnt ihr auch einsehen. Dazu müsst ihr einfach nur unten in die Videobeschreibung gucken. Aber ich zeige euch das. Ich mache es wirklich quasi idiotensicher, dass ihr jetzt versteht, wie es in Zukunft hier auf dem YouTube-Channel läuft und auch auf meinem Live-Channel. So, also. Wir haben heute, was haben wir heute? 8. September? 7. September? Von mir aus. Haben wir den 7. September. So, wir schalten mal hier hin. So, das ist mein völlig neuer Upload-Plant. Der ist neu. Den habt ihr so noch nie gesehen. Seit heute. Es wird zwei Videos pro Tag geben. Einmal um 16 Uhr. Hier. Da oben. Verkehr drum gucken. Ist ein bisschen anstrengend für mich. Ähm. 16 Uhr. Gibt es das Live-Let's-Play. Und um 19 Uhr kommen die Specials, die ausschließlich YouTube-only sind. Und nicht live kommen. Das heißt, wer fleißig Livestreams guckt, für den wird das Programm um 16 Uhr nicht so relevant sein. Dafür aber das 19 Uhr Programm. Für die Leute, die keinen Livestream gucken, die werden sich auf 16 Uhr freuen dürfen, weil sie da ein sehr langes Video kriegen. Und das sollte man sich dann einteilen. Ja. So. Jetzt sehen wir das mal hier so. Es ist gekennzeichnet. Vom Tag her. Also das ist jetzt die Woche vom 5. bis zum 11. Also diese Woche Montag bis Sonntag. Jetzt hier den ersten Tag habe ich jetzt nichts angetragen, weil das jetzt schon vorbei ist. Hier steht jetzt zum Beispiel Mittwoch 19 Uhr Infovideo. Das ist jetzt ein bisschen später, aber ist egal. Und Donnerstag. Also ab morgen gilt der neue Upload-Plan. Morgen gibt es auf YouTube. Naja, sowieso so viele Fragen. Dark Souls 2. Aber kein normales Let's Play im Format von 15 Minuten oder eine 30-Minuten-Folge oder wie es bei Dark Souls üblich ist, eine Stunden-Folge, sondern halt gleich 2, 3 Stunden. So. Das ist für mich total scheiße, weil auf YouTube hat man nur was, verdient man auch nur Geld, wenn ein Video komplett geguckt wird. Und nicht nur ein paar Minuten. Das heißt, mit diesen Videos mache ich eh kein Geld. Das ist nichts anderes als für euch mein Service an euch. Dass ihr einfach alles seht, was ich für euch, mit euch mache. Ganz einfach. So. Das heißt, Donnerstag seht ihr Dark Souls. Am Freitag seht ihr dann Harvest von Karazan Woche. Ich hab das nämlich nochmal ein bisschen umgestellt. Ich hatte ja die komplette Karazan Woche 1 schon hochgeladen in einzelne Videos. Aber wie gesagt, man ist nie zufrieden mit sich. Also hab ich mir gedacht, okay, scheiß auf, ich hab die wieder runtergenommen und wir machen das jetzt einfach als ganzes verdammtes Video. Die komplette Karazan Woche gibt's dann nochmal Freitag für euch zum Gucken. Also keine Einzelvideos mehr. So. Worms kamen die ersten 5 Folgen als noch irgendwie stinknormales Let's Play. Ab Samstag wird dieses Let's Play für euch fortgeführt. Aber halt nicht mehr in gestaffelte halbe Stunden Folgen, sondern halt eben als bummsvolle 3 Stunden Folge Vollgas. Weil es macht, ich verstehe, ganz ehrlich, ist für euch auch viel geiler, ja, dass ihr nicht zwei Wochen lang die Folgen über eine halbe Stunde Strecken verteilt guckt, sondern Samstagabend, wer Bock hat, kann sich einfach drei Stunden mit mir Worms geben. Ist das nicht eigentlich total geil? Ich glaube schon. Und deswegen machen wir das so. Am Freitag und am Samstag kommen dann zum Beispiel jeweils Winning Put Folgen. Die waren zwar im Stream, aber das ist egal. So. Und am Sonntag gibt's dann zum Beispiel wieder Enderal. Ja. Und am Sonntag gibt's dann auch wieder Pokémon. Äh, kann ich euch gleich sagen. Sonntag gibt's kein Fischwolf. Wir schaffen's diese Woche nicht. Tut uns sehr leid. Äh, Fischwolf erst wieder nächsten Sonntag. Super schade. Aber dafür gibt's Pokémon. So. Und ab nächster Woche Montag zum Beispiel kommt dann das zweite Dark Souls 2 Video. Das geht, glaube ich, acht Stunden. Ne? Kann sein, dass ich dann Dark Souls, hier steht Dark Souls 2 dann nochmal am Freitag, kann sein, dass ich das dann nicht an dem Freitag mache, weil das ja acht Stunden geht. Und ich bin mir sicher, dass ihr acht Stunden über die Woche verteilt bestimmt sehr, sehr, sehr geil findet. Ihr müsst halt jetzt einfach ein bisschen selbstständiger sein und nicht jedes Video anklicken, sondern halt ein Video. Das wird ja gespeichert von YouTube, wo ihr aufgehört habt. auch, auch am Handy. Auch auf Twitch in der Übrigen. Und dann könnt ihr euch das einfach einteilen, wie ihr Bock habt. Und das ist eigentlich total geil. So, und dann kennen wir zum Beispiel Dienstag, Karazan, Woche 2. Dann kommt der nächste Warm-Part, dann kommt wieder ein Enderal-Part, dann kommt wieder Dark Souls, dann kommt wieder Hearthstone, dann kommt wieder Worms, etc. Karazan ist dann hier zum Beispiel vorbei irgendwann. Kommt vorbei und dann kommt halt wieder ein anderes Programm. Warum ist hier einiges rot, warum ist hier einiges blau? Ganz einfach erklärt, was blau ist, kommt zu 100%, ist im Kasten, wird safe sein, weil das so nicht stimmt. Und das, was blau ist, das kommt, und das, was rot ist, habe ich noch geplant. Ergo, die morgen Pokémon-Oranium-Folge muss ich gleich noch aufnehmen. Und solange das rot ist, wird es nicht erscheinen. Es nur geplant ist nicht, wird nicht erscheinen. Sollte, ihr solltet jetzt zum Beispiel dieses Video gucken und in einer Stunde nochmal in den Upload-Plan gucken und ihr seht, dass es blau ist, dann dürft ihr euch morgen 19 Uhr auf Pokémon-Oranium freuen. So. Ist eigentlich total klar, oder? 2 Videos pro Tag, 16 Uhr das Live-Let's Play, also das richtige Let's Play und 19 Uhr entweder das Pokémon-Let's Play oder Special-Videos à la Winning Put, Isaac, Fischwulf. Und das ist jetzt nur der Plan mal für die nächsten Wochen. Das wird natürlich noch ein bisschen anders sein. Also da werden noch mehr Projekte kommen. So. Ist klar soweit. Ich glaube, YouTube ist damit verstanden, oder? Ihr könnt unten, wie gesagt, in der Videobeschreibung ist der Link zum Upload-Plan. Wird ihr euch in die Favoriten setzen oder so und dann immer gucken, wann was safe kommt, etc. So. Und mit 2 Videos pro Tag habt ihr bestimmt Spaß, weil es auf jeden Fall Content ist, den man gucken kann und es ist keine Überschwemmung und ich kriege es auch zeitlich hin. Und wie gesagt, wenn mal ein Video 3-8 Stunden geht, dann teilt es euch einfach selbstständig ein. Wenn ihr nicht selbstständig genug seid, dann, ja, dann kann ich euch auch nicht helfen. So. Und dann nochmal eine kurze Information zum Livestream-Plan. Auch das wissen viele noch nicht. Live ist im Moment bei mir leider super spontan, weil ich im Moment ultra wenig Zeit. Ähm, wir werfen einfach mal einen Blick rein. Weil viele immer noch den, äh, ausrufe Zeichen Programm-Command im Chat benutzen. diesen gibt's nicht mehr, weil einfach jetzt für mich alles ein bisschen zu spontan ist. Und außerdem habt ihr, ist es viel besser, dass ihr einen Wochenplan habt. So, also gucken wir da rein. Dadada, das ist meine normale Livestream-Seite. Für alle, die das vielleicht auch immer noch nicht wissen, auch dazu nochmal der Link unten in der Videobeschreibung. Ja, und hier im Normalfall läuft was, aber gerade nicht. Wo mein ich nicht? Lief doch bis gerade noch was. WhatsApp 5. Und dann? Aha! F5, Leute. Wenn ihr auf Twitch manchmal Blackscreen habt, drückt F5. Es ist meistens die Lösung für alles. So. Das ist es jetzt hier zum Beispiel, ja, das ist, äh, jetzt gerade eine Playlist. Einfach nur, damit ihr seht, wie es eigentlich wäre, ja. Da laufe ich gerade und dann gebt ihr nicht hier, ne, der alte war so ausrufe Zeichen Programm. den Chat eingegeben und dann habt ihr eine Antwort bekommen. Müsst ihr nicht mehr machen. Ihr müsst nichts anderes. Auch auf dem Handy. Gut, auf dem Handy scrollt ihr nicht. Da gibt es halt den extra Info-Button. Da müsst ihr auf Info drücken. Aber hier, easy, einfach runterscrollen. Und dann stehen da plötzlich Stream-Zeiten. Und auch schön im Wochenformat, 5. bis 11. Wir haben am Montag zum Beispiel Wombs gespielt, dann haben wir Halfzone Open End gespielt. Am Dienstag war FIFA und Halfzone auf Nvidia, danach Halfzone bei mir. Heute, ab 21 Uhr, das schaffe ich wahrscheinlich nicht. Enderal und ab 23 Uhr wieder Halfzone. Donnerstag und Freitag und Samstag gibt es keinen Stream, da ich im Team bin. Und Sonntagabend wahrscheinlich auch nicht. Das ist im Moment so. Im Moment bin ich einfach fast nicht zu Hause. Es tut mir unendlich leid, dass ich im Moment so wenig streame. Das wird irgendwann wieder besser. Glaubt es mir. So. Und das ist es. Ist das nicht total geil? Da seht ihr es. Braucht ihr doch kein Problem. Ihr müsst, ich habe es quasi noch benutzerfreundlicher gemacht. Ihr müsst nicht mal mehr eure Finger bewegen. Ihr müsst nicht mal mehr tief hin. Einfach nur runter scrollen und da steht es. So. Super einfach erklärt, oder? Schön. Ähm. Und hallo Herr Brot. Sind Sie glücklich? So. Hier gibt es im Übrigen Merchandise. Für alle, die es noch nicht wissen. Gibt es sogar Schatz von mir. Ähm. Ja. Hier steht im Übrigen auch mein ganzes Equipment. Aber ich glaube, das steht auch in der Videobeschreibung unter jedem Projekt. Keine Ahnung. Nie Glück. Neuer Twitchy-Mode. Wir freuen uns über jeden Subscriber. Ah. Das war's. Das ist eigentlich alles, was ich euch simpel erklären kann. YouTube geile Sachen. Hier der Uploadplan. Hier Twitch. Geiler Scheiß. Ich hoffe, damit sind jetzt alle offenen Fragen geklärt. Falls immer noch was nicht geklärt ist, dann könnt ihr es mir immer noch unten in die Kommentare schreiben. Aber ich glaube, es ist soweit nicht mehr missverständlich, wie die Zukunft hier sein wird. ein Exklusivprojekt auf YouTube als Let's Play. Exklusivprojekte auf YouTube, die zusammenhanglos sind und kein Ende haben wie Isaac. und die Live Let's Play. Die zwar im Stream schon da sind, aber halt für die, die keinen Stream gucken können, weil zeitlich doof ist oder vielleicht mehr finden, aber das Projekt eigentlich gut ist für alle, die jetzt auf YouTube gucken mögen. Und da ändert sich für euch nichts. Es ist immer noch genauso dasselbe wie vorher. Wer jetzt nämlich behauptet, dass ihr die Live Let's Plays total scheiße findet und es war früher alles besser. Er ist halt echt scheiße, weil vor zwei Jahren und alles, was ihr auf YouTube alle netz festgesehen habt, die waren auch alle live. Okay? Schön. Freunde, ich freue mich auf euch. Viel Spaß mit Pokémon Morgen. Nachher gibt es anderen Stream. Könnt ihr vorbeischauen, wenn ihr wollt. Und ich würde sagen, habt noch eine wundervolle Woche. Ich freue mich auf unsere Zukunft, denn die wird super.